Scheiße, Käpt'n. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Jill? Hier, Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stell ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigier dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilten wir uns. Verhältnisse schon etwas. Was ist das? Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Der Überlebende. 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 Oh, 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 oh. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.